Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video kannst du lernen, wie man mit Excel oder einem anderen Tabellenkalkulationsprogramm, wie zum Beispiel LibreOffice Calc, rechnen kann. Wir werden lernen, wie man Schritt für Schritt eine Formel aufbaut und wie man sie flexibel gestaltet, indem man sogenannte Zellbezüge verwendet. Das heißt, dass man die Zahlen nicht direkt in die Formel einträgt, sondern dass man mit dem Inhalt von Zellen rechnet, der sich dann wieder dynamisch ändern kann. So kann man sehr einfach relativ umfangreiche Rechenprogramme erstellen um zum Beispiel die Notendurchschnitte von einem Fach auszurechnen oder andere Dinge aus dem Alltag zu berechnen. Um mit einem Tabellenkalkulationsprogramm, wie zum Beispiel Excel oder Calc, zu rechnen, kann ich zunächst mal alle Rechenzeichen verwenden, die ich aus der Mathematik so kenne. Ich muss dem Programm allerdings mitteilen, dass der Inhalt einer Zelle berechnet werden soll, damit er nicht einfach als Text dargestellt wird. Das tue ich, indem ich den Inhalt der Zelle mit einem Gleichzeichen beginne. Nun kann ich einfach eine Rechnung eingeben, zum Beispiel hier 5 plus 7. Wenn ich dann Enter drücke und die Zelle damit schließe, dann wird hier das Ergebnis der Rechnung angezeigt. In der Eingabezeile hier oben sehe ich allerdings immer, was ich eingegeben habe und kann also immer nachvollziehen, was ich eigentlich da ausgerechnet habe. Außerdem gibt es hier oben zum Beispiel in Excel diesen Button Funktionen einfügen. Wenn ich da draufklicke, geht eine Seitenleiste auf, in der ich verschiedene sogenannte Funktionen abrufen kann. Funktionen sind Rechenoperationen, die mit einem Schlüsselwort verbunden sind. Wenn ich also nicht eine Rechnung von Hand eingeben möchte, sondern zum Beispiel den Mittelwert oder die Summe von etwas ausrechnen, dann kann ich dieses Schlüsselwort Summe oder das Schlüsselwort Mittelwert verwenden und muss dann eine bestimmte Schreibweise verwenden, um den Mittelwert einer bestimmten Zellreihe oder die Summe einer bestimmten Zellreihe auszurechnen. Nun ist es allerdings nicht besonders sinnvoll, eine Rechnung wie 5 plus 7 in Excel auszuführen, denn das kann ich sehr schnell im Kopf tun und dafür ist Excel eigentlich viel zu umständlich. Die Rechenfunktionen in der Tabellenkalkulation werden dann interessant, wenn ich größere Reihen von Zahlen berechnen möchte und wenn diese Zahlen zum Beispiel erst im Laufe der Zeit hinzukommen. Wenn ich also zum Beispiel ein Dokument einrichten kann, in dem bestimmte Berechnungen vorgesehen sind, die dann ausgeführt werden, wenn sich das Dokument mit Zahlen füllt. Das kann man zum Beispiel hier mal an dieser Taschengeldausgabenübersicht nachvollziehen. Hier habe ich verschiedene Ausgaben eingetragen. Und muss jetzt zunächst mal noch hier diese Spalte als Währung formatieren. Ich markiere also alles und wähle aus, dass es sich hier um eine Währung handelt. Dann wird automatisch die Komma 0,0 eingetragen und das Euro-Zeichen. Das ist ein Rückgriff auf das Zahlenformat, was in einem anderen Video erklärt wird. Man kann sehen hier oben an der Eingabezeile, dass in der Zelle selbst immer noch nur 12 steht. Dass also Komma 0,0 und Euro lediglich dadurch eingefügt werden, dass ich das Format auf Währung umgestellt habe. Wenn ich nun ausrechnen möchte, wie viele Ausgaben ich insgesamt hatte, könnte ich zunächst mal hingehen und sagen, okay, ich mache eine Rechnung und trage nun die einzelnen Zellen ein und lasse sie zusammen addieren. Das hier ist die Zelle B2. Ich kann also sagen B2 plus B3 plus. Und sehe schon, dass Excel mir hier diese Zellen unterschiedlich einfärbt und die Buchstaben- und Zahlenkombinationen ebenfalls. Sodass ich weiß, welche Referenz hier, welcher sogenannte Zellbezug, sich auf welche Zelle bezieht. Ich kann die Zellen auch eingeben, indem ich sie einfach anklicke. Dann wird der Zellbezug eingetragen. Das geht also noch schneller. Nun merke ich allerdings, dass das natürlich ziemlich mühsam ist. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit einzelne Zellen ergänzen, sobald ein neuer Eintrag erfolgt. Und das muss ich auch nicht. Ich lösche diesen Zellinhalt noch einmal und zeige nun, wie das wesentlich eleganter geht. Ich kann nämlich zum Beispiel auf die Funktion Summe zurückgreifen. Ich beginne wieder mit dem Gleichzeichen als Zeichen dafür, dass eine Berechnung folgen soll und trage nun Summe ein. Ich fange erst an, SU zu tippen und schon ergänzt mir Excel alle Funktionen, deren Schlüsselwort mit SU beginnen und kann nun hier zum Beispiel auf Summe klicken. Und nun kriege ich schon gesagt, wie die Schreibweise sein muss. Also zum Beispiel hier Summe, Klammer auf und dann Zahl 1, Zahl 2 und so weiter. Und das Schöne ist, dass ich diese Summe nun über einen ganzen Zellbereich eingeben kann. Ich kann also zum Beispiel sagen, die Summe soll hier beginnen. Ich fahre einfach mit der Maus darüber und soll bis hier runter reichen. Und nun sehe ich, dass Excel die Schreibweise korrekt vorgenommen hat. Es ist also die Schreibweise Summe, Klammer auf, Beginn des Zellbereichs, Doppelpunkt, Ende des Zellbereichs. Ich schließe die Zelle mit dem Kästchen hier. Das geht auch mit der Enter-Taste. Und nun habe ich die Summe aller bestehenden Einträge. Wenn ich einen Eintrag hinzufüge, zum Beispiel noch ein T-Shirt für 20 Euro, dann aktualisiert sich diese Summe automatisch, weil ja auch die bisher leeren Zellen mit in die Summe einbezogen werden. So kann ich also mit dieser Funktion Summe, für die es noch viele andere Anwendungen gibt und es gibt wie gesagt noch viele andere Funktionen, kann ich sehr elegant Dokumente bauen, die ich nachträglich mit Zahlen fülle und die immer aktuell dann diese Zahlen in bestimmter Weise miteinander verrechnen. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Nehmen wir an, in unserem Taschengeldbeispiel hat Mama angeboten, dass sie grundsätzlich die Hälfte der Ausgaben übernimmt. Ich möchte nun also ausrechnen, wie viel dieser Ausgaben tatsächlich von mir bezahlt werden müssen und wie viel Mama übernimmt. Das kann ich wieder mit einer Rechnung tun. Ich sage hier wieder mit dem Gleichzeichen, dass eine Rechnung folgt und ich möchte nun den Inhalt dieser Zelle, die ich einfach anklicke, um sie einzufügen, mit 50% multiplizieren, um Mamas Anteil auszurechnen. Ich trage also ein, mal, das ist das Sternchen, 50% und drücke Enter, um die Zelle zu schließen. Ich sehe wieder hier oben in der Eingabezeile, dass hier meine Rechnung steht und hier das Ergebnis. Ich sehe nun also, 6 Euro sind Mamas Anteil. Was ist also mein Anteil? Mein Anteil bedeutet, die Zeile hier von Kosten, minus Mamas Anteil. Auch das kann ich wieder in einer Rechnung ausdrücken. Also hier zum Beispiel B2 minus den Inhalt dieser Zelle, C2, Enter, um die Zelle zu schließen. Und ich sehe wieder das Ergebnis. Die Rechnung, die hier ausgeführt wird, ist B2 minus C2. So habe ich also dynamisch diesen Anteil angepasst. Wenn ich zum Beispiel hier die Rechnung ändere und Mama sagt, sie übernimmt künftig nur noch 30%, trage ich hier 30% ein und alles aktualisiert sich automatisch. Ich kriege hier 30% dieses Kostenpunkts und automatisch kriege ich auch für meine eigenen Kosten dann den korrekten Restwert von 70%. Nun möchte ich das natürlich für die übrigen Zeilen ebenso eintragen. Ich könnte nun also hingehen und die entsprechende Formel in der nächsten Zeile auch eintragen. Also zum Beispiel B3 mal 30%, beziehungsweise wir gehen hier mal wieder auf 50, B3 mal 50%, B4 mal 50% und so weiter. Es geht allerdings wesentlich eleganter. Excel hat eine autovervollständige Funktion und übrige Tabellenkalkulationsprogramme auch. Wenn ich hier hinten dieses Eckchen in der Ecke anpacke, ändert sich der Cursor zu diesem schwarzen Kreuz und wenn ich nun die Zeilen nach unten ziehe, dann werden diese Zellen automatisch ausgefüllt und man achtet nun hier oben auf diesen Zellbezug. Ich habe also diese Formel so eingegeben in der Zeile 2, B2 und durch das Autovervollständigen ist in der Zeile 3, B3 eingetragen worden, in der Zeile 4, B4, in der Zeile 5, B5 und so weiter. Das heißt, dieser Zellbezug wurde aktiv angepasst an die jeweilige Zeile. Dieser Zellbezug, wenn ich hier doppelklicke, sehe ich ihn nochmal hervorgehoben, B2, war also in Wahrheit gar nicht ein Verweis auf die Zelle B2, sondern heißt in Wahrheit die Zelle links neben C2. Ich befinde mich ja hier in C2 und dementsprechend ist B2 links neben C2. In der nächsten Zeile stimmt das also wieder, die Zelle links neben C3 in dem Fall, die Zelle links neben C4 und so weiter und so sind diese Bezüge aufgebaut. Man nennt sie relative Zellbezüge, weil sie im Verhältnis, also relativ, zu der Zeile oder zu der Zelle gelten, in der die jeweilige Formel drin steht. Wenn das für diese Spalte funktioniert hat, wird das natürlich auch für diese Spalte funktionieren. Das heißt, ich kann hier auch wieder die autovervollständigen Funktionen nutzen, das bis nach unten ziehen und kriege ebenfalls wieder eine Anpassung der jeweiligen Zeile, denn auch hier habe ich wieder sogenannte relative Zellbezüge verwendet. Ich sehe gerade, es fehlt hier noch die Summe. Pausiere kurz das Video und überlege dir, wie du die Summe für diese jeweilige Spalte ausrechnest. Es geht wieder mit dem Stichwort Summe und einfach dann den entsprechenden Bereich, der berechnet werden soll, mit der Maus überfahren, Enter drücken und schon habe ich die Summe für diese Spalte. Du kannst dir nun schon überlegen, was passieren würde, wenn ich diesen Bereich nach rechts ziehe. Dann wird in diesem Fall die Spalte angepasst. Wir haben hier B2, B15 und hier C2, C15. Das heißt, auch hier sind wieder relative Zellbezüge am Werk, die durch Ziehen jeweils an die Spalte angepasst werden, so wie sie vorher durch Ziehen an die Zeile angepasst wurden. Relative Zellbezüge funktionieren also sowohl beim Vervollständigen von Zeilen als auch beim Vervollständigen von Spalten. Die automatische Anpassung der relativen Zellbezüge ist in den meisten Fällen sehr praktisch. Manchmal möchte ich sie aber auch verhindern. Nehmen wir an, Mama hat gesagt, für Bücher bezahlt sie 50% und für alles andere 20%. Ich habe nun in dieser Tabellendarstellung die zwei verschiedenen Anteile in dieser Zelle stehen. Ich würde also Mamas Anteil wieder ausrechnen, wie vorher auch. Ich beginne mit dem Gleichzeichen. Davon soll ausgegangen werden und es soll multipliziert werden mit dem Inhalt dieser Zelle. So, wunderbar. Das handelt sich also hierbei um ein Buch. Nächste Zeile. Mal, es handelt sich um Eis, also nur 20% und so weiter. Ich habe jetzt also Hose, Buch, Süßigkeiten und so weiter. Ich kann jetzt also mal bis auf dieses Buch eigentlich alles richtig ausfüllen und stelle nun fest, dass ein unerwartetes Ergebnis erscheint. Warum? Wir schauen uns die Bezüge hier oben genauer an. Die Zeile, um die es geht, ist 20. Also die Zelle heißt B20. Hier steht allerdings nun B21. Hier steht B22, B23 und so weiter. Warum? Durch das Herunterziehen hat Excel mit einem relativen Bezug immer auch die Bezugszeile hier unten eine Zelle nach unten verschoben. Das heißt, es ist davon ausgegangen, es soll ein relativer Zellbezug sein und eine Zeile hier weiter unten bedeutet auch eine Zeile hier weiter unten. Das möchte ich nun allerdings verhindern und das geht auch. Ich gehe also hier wieder in diese Zelle und möchte nun B20 als festen Bezugspunkt festlegen. Man nennt das dann einen absoluten Zellbezug, weil er nicht mehr relativ von dieser Zelle ausgerechnet wird, sondern absolut, also unbedingt auf diese Zelle hier verweist. Ich tue das, indem ich die Buchstaben und Zahlen jeweils mit einem Dollarzeichen versehe und damit sind sie zu absoluten Zellbezügen geworden. Wenn ich nun das Ganze nochmal auto-vervollständige, dann stimmt das Ganze. Es bleibt also überall in jeder Zeile B20 stehen. Ich muss es nur noch für die Zeile hier anpassen, denn das ist ja ein Buch und dementsprechend muss ich auf B19 verweisen. Das kann ich auch von Hand tun. Ich trage einfach hier 19 anstatt 20 ein und hier oben habe ich auch noch die alte Schreibweise, wo ich auch noch einen absoluten Bezug draus machen muss und schon habe ich also diese Bezüge fixiert auf diese beiden Zellen. Sie werden sich auch durch herunterziehen und auto-vervollständigen nicht mehr verändern. Du kannst nun also noch etwas weiter üben, indem du das Gleiche nochmal hier mit den Kosten für mich tust und du kannst dann mal noch verschiedene andere Funktionen ausprobieren, zum Beispiel den Mittelwert ausrechnen, den Mama in der Regel übernimmt oder den Mittelwert, den du übernehmen musst und so einfach weitere Funktionen ausprobieren. Viel Spaß dabei! Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war nützlich für dich. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch dalässt und wenn du auch in Zukunft solche oder ähnliche Videos bekommen möchtest, kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!